Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja, heute haben wir wieder eine Folge Make Mercedes Great Again am Start für euch und ja, was soll ich euch sagen, wir fahren heute das erste Mal ohne Ideallinie heißt also, ich habe die Ideallinie ausgemacht, ich bin dabei jetzt die Setup-Videos damit zu machen ich bin dabei in die Lobby so zu fahren, ich komme schon relativ gut damit klar es wird auch heute Abend, also jetzt wo ich das Video aufnehme, ist es heute Abend das 100%-Rennen in Ungarn stattfinden ohne Ideallinie, ich hoffe ihr appreciated das und ja, ich habe dafür die KI-Stufe, weil ich halt noch nicht ganz so konstant und sicher bin wie mit Ideallinie was ja auch logisch ist, um 5 Stufen nach unten gestellt, also von 95 auf 90 und wenn die Pace dann passt und ich merke, es ist zu einfach, dann werde ich die KI-Stufe wieder hochstellen sodass das ganze Format auch ein bisschen realistisch bleibt ja, nicht, dass ich dann auf einmal jedes Rennen mit einem Vorsprung von weiß ich was gewinne an der Stelle viel Spaß bei dem Video, lasst gerne ein Like auf das Video da und ich würde schon sagen, dafür, dass ich ohne Ideallinie fahre, es ist schon ein Like wert eigentlich abonniert diesen Kanal für mehr Videos, was F1 angeht, was aber auch andere Content-Sachen angeht ja, was ich noch sagen wollte, es wird dann immer so sein jetzt, dass dann das Setup-Video zu der jeweiligen Strecke online kommt und danach dann das Make Mercedes Great Again Video sodass ihr sehen könnt, okay, so performt das Setup in MyTeam beispielsweise in einem 35%-Rennen so ist die Tire-Ware und so weiter und so fort, ja jetzt viel Spaß im Video, wir gehen rein so Leute, und da sind wir in Melbourne wir gehen rein ins Blitz-Qualifying ersten Turn verlieren wir gleich mal ein bisschen was aber ist in Ordnung, würde ich sagen naja, hier kommen wir ein bisschen raus nehme ich jetzt nicht so übel ich glaube, ihr mir auch nicht und jetzt kommt eigentlich der Teil, wo man immer ganz gut aufholen kann gegenüber der KI, oder zieht die hier komplett weg P7 momentan jetzt ist es wichtig, dass wir den Bremspunkt erwischen nach der Langgeraden den haben wir bleiben auf P7 Peres hier das Nonplusultra, wie es scheint oh hier haben wir uns verbremst scheiße hier verlieren wir einiges P13 das ist am Ende P14 ist okay, nehme ich aber so Leute, P14 für uns Lewis Hamilton fährt ungefähr eine Sekunde schneller als wir auf P5 sieht man also auch, dass die Ferrari und Red Bull hier einfach nochmal dominieren die Red Bull sowieso aber ich würde sagen, alles bis P7 P6 ist glaube ich erreichbar im Rennen weil ich glaube, dass die Pace von den Leuten da auch nochmal ein bisschen runter gehen wird vielleicht können wir auch mit einer alternativen Strategie hier irgendwie ein bisschen punkten schauen wir mal so Leute und ich sehe gerade, wir starten vom P13 also wir haben noch den einen oder anderen Platz gut gemacht die Frage ist jetzt ob ich auf Soft starte oder auf Medium die Sonne scheint doch nicht am Anfang ich würde sagen, ich starte auf Soft und dann gehen wir die 20 Runden an ich nehme 21 Runden Sprit mit und dann sollte das passen vom Setup genau an der Stelle, Freunde checkt die Setup-Videos auf jeden Fall ab lasst da gerne ein Like da auch auf den Videos und dann gehen wir rein ins Rennen P13 vor uns auch alle auf Soft bin gespannt, was das wird aber ich bin richtig aufgeregt meine erste Folge ohne Ideallinie hier und wir haben gleich mal einen richtigen Bombenstart wir haben gleich mal einen richtigen Bombenstart und fahren uns vor bis auf P9 schieben uns hier gleich rein gegen Ocon und gegen Norris bremsen wir uns auch rein können wir da vorn bleiben gegen Norris ne, 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 nicht aber wir kommen auf jeden Fall dann letzte Bahn Ocon vorbei ok sicheren Start hatten wir schon mal das ist schon mal eine gute Sache das ist schon mal eine gute Sache oh, hier hat die Karriere auf jeden Fall weniger Flügel als ich unterwegs ist aber auch vielleicht gar kein schlechtes Zeichen dass wir hier mit einem High-Down-Force-Setup unterwegs sind gar kein schlechtes Zeichen eventuell wir müssen auf jeden Fall poischen Norris und Alonso und so die gehen da kranker Pace vorne weil es auch ganz gut für mich ist ich kann mich an deren Linie immer noch so ein bisschen orientieren ähm, gerade in diesen langgezogenen Kurven das hilft mir eigentlich auch noch um das Ganze hier ein bisschen zu verfeinern die sind natürlich nicht so gut gefahren na passt schon solange wir im DRS von Norris bleiben ist erstmal alles okay hier hat die KI halt immer einen richtig guten Exit irgendwie aus der Kurve heraus passt erstmal, also Lendo muss auch ein bisschen abreißen lassen nach vorne zu Alonso äh, das hat man auch schon in der Qualifying Pace gesehen ich muss auch viel ERS aufwenden auf jeden Fall um die Pace hier mitzugehen die da vorne so abgeht Luis macht auf jeden Fall einen super Job bis jetzt und es gilt jetzt auch zu pushen damit Esteban Ocon nicht in unser DRS-Fenster kommt dass wir da schon mal abkappen können dass wir einen relativ sicheren P8 haben egal welche Fehler wir eventuell machen boah, wir haben lila Sektor 1 spricht für uns auf jeden Fall wir haben auch gut gepusht jetzt und wir haben das DRS von Norris okay und jetzt versuche ich die Speicher wieder aufzufüllen wir sind jetzt drei Runden gefahren äh, vom Splitter passt das auf jeden Fall habe ich gerade geguckt Reifenabrieb ist so lala das werde ich euch gleich mal zeigen aber die Pace passt auf jeden Fall auch erstmal ist hier trotzdem er ist aufwenden um dran zu bleiben die Sorts waren auf jeden Fall der richtige Startreifen das kann ich schon mal sagen Norris und Alonso Fahni aber auch wirklich eine krasse Pace muss ich sagen also ich habe echt Probleme im DRS-Fenster zu bleiben und bin jetzt auch raus also sehr heftig die konstante Pace habe ich einfach noch nicht ich werde jetzt erstmal schauen dass ich P8 halte falls Ocon rankommt äh, werde ich mich auf jeden Fall versuchen von ihm ziehen zu lassen vielleicht kriege ich das hin die letzten Kurven habe ich immer noch ein paar Probleme da verliere ich immer sehr viel Zeit Sektor 1 bin ich eigentlich relativ gut wenn ich Turn 1 erwische Norris schnappt sich jetzt Alonso auch sehr wild wenn man sich die Pace von Aston Martin anguckt und vergleicht zu McLaren und es wird jetzt echt unangenehm hier auf den Reifen ist jetzt glaube ich auch die letzte Runde dann gehen wir rein Ocon kommt jetzt auch immer dichter weil sich die Fehler halt bei mir häufen ich habe jetzt 40% auf den Reifen ich hoffe dass es auf dem Medium Stint dann ein bisschen angenehmer wird für mich auch wenn es dann 11 Runden sind aber ich hoffe da hat nicht so krassen Abrieb so, Box Box oh, den Stopp habe ich auf jeden Fall verkackt der hätte ich noch viel früher halt reingehen können der hätte ich viel früher reingehen können der Stopp war nicht so schnell wie wir es uns gewünscht hätten ich komme trotzdem oder beziehungsweise ich bleibe trotzdem vor Ocon was relativ gut ist der Turn ist halt eklig hier kommen wir aber relativ gut raus im Verhältnis zu Ocon der hat auch direkt Stress von Depriest eventuell passt das da ganz gut jetzt ich schaue mal falls Ocon hier gleich dran ist und zum Überholen Ansatz werde ich ihn glaube ich erstmal vorbeilassen und dann erstmal versuchen seine Pace mitzugehen weil seine Pace war eigentlich relativ stabil so er hat jetzt DRS bekommen ist in Ordnung passt erst mal bin gespannt ob es jetzt Undercard technisch was gebracht hat gegenüber den Porno oder halt gar nicht die haben anscheinend Zeit verloren zu Gasly auch und da können wir jetzt nicht warten da müssen wir vorbei da müssen wir vorbei boah Gasly macht das stark wir sind jetzt P10 wir haben auf jeden Fall noch den Williams vor uns ich weiß gar nicht ob es noch einen anderen Medium Starter gab aber eigentlich nicht eigentlich heißt es dann Duell gegen Gasly und P8 und Ocon ist eventuell auch noch dabei und der Alpine zieht dann auf jeden Fall ein bisschen weg immer auf den Geraden mit dem Topspeed aber da ist halt gut dass wir das DRS haben okay wir haben jetzt ein bisschen Überschuss gegenüber Pierre Gasly ich werde versuchen hier noch dran zu bleiben und ihn jetzt zu überholen wenn es geht und wieder Überschuss gegen ihn nee das hat nicht funktioniert bisschen früh gebremst um mich da rein zu bremsen was auf jeden Fall positiv ist dass wir Ocon aus dem DRS Fenster gerade draus haben das ist sehr nice vielleicht sollte ich Gasly auch nicht angreifen dass wir erstmal wegziehen können hier dass es wirklich nur um mich und Pierre geht okay wir haben jetzt krassen Überschuss gegenüber Pierre Gasly Batterie ist auch einigermaßen voll ich gehe jetzt innen rein sauberes Manöver in meinen Augen und jetzt wird versucht zu pushen vielleicht können wir irgendwie wegziehen mal schauen Gasly hat auf jeden Fall noch DRS aber er ist jetzt schon gute 7,8 Zehntel von uns weg wir pushen hier ein bisschen davon wir können ihn auch fast aus dem DRS raushalten glaube ich und Gasly hat von uns glaube ich kein DRS mehr ich brauche jetzt einen guten letzten Sektor und ich glaube er hat auch wieder ich hatte es noch ein DRS reingeschafft ich weiß es nicht naja und der letzte Sektor war shit Gasly ist wieder dran ich kann das alles nicht mehr der letzte Sektor killt mich immer so erste Sektor ist echt unser unser Sahne Sektor muss man wirklich sagen kommt immer so auf 1,4 dann auf Gasly weg auch wenn wir nichts mehr in der Batterie haben letzte Runde wird jetzt nochmal eklig werden alles geben auf jeden Fall und dann wäre ich hier auch absolut zufrieden sage ich euch so wie es ist mit einem P8 ja letzter Sektor war zwar kacke aber nicht so kacke wie sonst wir müssen jetzt nochmal alles raushauen was wir raushauen können Pierre Gasly wird jetzt nochmal pushen Pierre Gasly Magnussen ist ausgeschieden gönnt safety car wäre nice eigentlich kann er nicht kommen aber trotzdem wird er für Kevin Magnussen wichtig ist jetzt ihn hier aus dem DRS rauszuhalten und er bleibt draußen aus dem DRS das ist wichtig das ist sehr sehr wichtig aber er pusht nochmal ran er pusht und pusht und pusht und er kriegt kommt er rein ich weiß es nicht er kommt nochmal ins Sekundenfenster hat nochmal DRS glaube ich jetzt alter wird das spannend man Digga diese letzte Runde von der Kain die ist immer so unfair Achtung hier reißt sich zusammen hier ist gelb hier ist gelb hier musst du chillen Kevin Magnussen retten wir meinen achten Platz glaube ich hier muss er chillen oh ok wir kommen weg ist das wichtig P8 und ich sag euch so wie es ist das nehme ich absolut das nehme ich absolut dafür dass wir auf 90er K.I. unterwegs waren und mein erstes Rennen ohne Idealien ja eigentlich boah also das nehme ich absolut ich bin zufrieden damit ja festhalten wird das Ding souverän geworden haben der hatte so viel Vorsprung ich habe halt beim Boxenstopp verkackt beim Boxenstopp habe ich so viel Zeit verloren das hat Luis geholt Luis ist 4.1 Platz nach vorne noch ist in Ordnung war jetzt nicht unser bestes Wochenende hier aber wir haben ja einige Upgrades die kommen wir haben ja einige Upgrades die kommen natürlich krass dass Red Bull da jetzt so viele Punkte geholt hat ja Red Bull marschiert halt komplett vorne weg das sieht man auch 121 Punkte 69 Punkte haben wir wir müssen da schauen dass wir irgendwie versuchen performancetechnisch an die rand zu kommen es wird super schwierig werden ähm ja ich freue mich schon auf dich jetzt erstmal weiter in die Upgrades Leute so hier kommen die wöchentlichen Ressourcen ein Aero Dynamik Abteilung Boah plus 10 Moral nice gute Sache was haben wir jetzt hier wir haben jetzt ein bisschen was frei Zündanlage geht durch da können wir dann direkt weiter machen beim Motor wir sind vor Ferrari da durch das ist sehr sehr nice ich bin gespannt ob Ferrari da jetzt noch content kann wir müssen auf jeden Fall hier reingehen Stattoren und das Treibstoff zwei Motoren Upgrades genügend Punkte haben wir auf jeden Fall so was müssen wir dann machen hier müssen wir rein beim Chassis da müssen wir rein leichteres Cockpit das ist es drei Upgrades beim Chassis Aerodynamik ist was durchgegangen was machen wir da da machen wir Heckabtrieb haben wir auch einen absoluten Nachteil gerade da gehen wir in so viel rein und ja ich würde sagen die Punkte bei Strapazierfähigkeit A Verbrennungsmotor könnten wir nochmal rein bei Strapazierfähigkeit würde ich sagen und dann passt das dann haben wir alle Punkte hier vergeben wir haben dickes Upgrade Paket geschnürt oder ich weiß gar nicht vielleicht auch Treibstoff nicht Treibstoffeffizienz vielleicht nicht was kriegen wir da wieder 800 der Motor ist schon sehr gut vielleicht dann Streibstoffeffizienz nicht dann nehmen wir das hier raus und gehen dann lieber erstmal in die Aero rein aber es reicht nicht von den Punkten naja schade gut dann lassen wir alles so wie es ist dann lassen wir alles so wie es ist gehen so rein und dann schauen wir wann die oh soll schon hier kommt schon einiges durch jetzt vielleicht in den nächsten Wochen weil so viel Pause ist ich bin gespannt wöchentlich Ressourcen kommen rein und bei den Upgrades geht alles durch wenn ich es richtig gesehen habe es geht alles durch und damit holen wir zu Red Bull auf und setzen uns von Ferrari ab wie geil ist denn das bitte wie geil ist denn das bitte okay weiter mal dann gehen wir direkt weiter rein 1,2 haben wir hier 1,5 haben wir hier also ganz ehrlich da gehen wir direkt ins nächste ERS Upgrade ERS so wichtig dann gehen wir da direkt als nächstes rein 331 Punkte haben wir noch okay super super Sache und jetzt noch die Heckflügel Oberklappe das wäre es geht auch noch durch okay wo stehen wir denn jetzt wo stehen wir denn jetzt wenn jetzt Baku kommt ist auf jeden Fall nice dass alles durchgeht wir haben 881 Punkte jetzt noch und wir sind fast mit Red Bull auf Augenhöhe boah also das ist krass wenn man sich jetzt den Verlauf anguckt sieht man wie unsere Kurve so richtig steil nach oben geht und zu Baku haben wir jetzt sogar dann Ferrari überholt und den richtigen Sprung zu Red Bull gemacht und dann schauen wir Freunde wie das Upgrade Paket beim nächsten Mal in Baku funktioniert ich habe auf jeden Fall sehr sehr viel Bock drauf wir haben den nächsten Schritt gemacht erstmal ohne Ideallinie deswegen lasst gerne ein Like da wenn ihr es geil findet dass ich die Rennen jetzt immer so fahren werde ich hoffe das Video hat euch gefallen bis zum nächsten Mal macht es gut toll rein ciao auf jeden Fall auf jeden Fall temos eine